So, jetzt wird es aber Zeit. Ich bin der Manfred. Gestern Abend, da war ich einsaufen. Ich hatte gestern Geburtstag. Da war ich mal wieder richtig einsaufen. Mein Kumpel war auch dabei, der Klaus und der Schorsch. Da habe ich mir nur recht einsaufen, so gehört es sich. Ich muss den ganzen Tag bis um 5 schaffen. Und da darf man ja wohl auch mal einsaufen oder nicht. Ja, das ist aber sicher. Das kann ich aber sagen. Donderzack. Mein Weib hat wieder mit mir gescholten. Die hatte doch gemeint, die werden dreckige Säufer. Das ist mir aber scheißegal. Die Weiber, die geht mir sowieso auf den Sack. So, die Leib. Ich knack jetzt vor.